Liebe Vereinsvertreter, wir befinden uns in einem spannenden und besonderen Jahr für den Frauenfußball. Die Europameisterschaft steht nämlich kurz bevor und den Rückenwind können und sollten wir nutzen, um Mädels und Frauen für den Fußball zu begeistern. Der Fußball bietet nämlich viele Facetten, ob Schiedsrichterin, Funktionärin, Trainerin oder Spielerin. Mädels und Frauen können einfach alles werden. Ich selber habe im SV Rotten Turm begonnen, Fußball zu spielen und ohne den Trainer und den gesamten Verein wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Und ich bin mega stolz darauf und ich hoffe einfach, dass ihr euch genauso für eure Mädels in eurem Verein einsetzt und sie zum Fußball begeistert oder einfach dabei unterstützt. Ich würde mich darüber freuen und vielleicht findet ihr ja die nächste Nationalteamspielerin. Liebe Grüße und bis bald, eure Kathi.